Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Herzlich willkommen am Siegel A. Bitte geben Sie Ihre Rechnungsnummer an. Jessica, Saug 1 und Saug 2, bitte. Das Memo-Delete wurde von mir persönlich entwickelt, um Sie von dem Ballast Ihrer Vergangenheit zu befreien. Wie es ja so schön heißt, keine Erinnerungen, kein... Heimweg. Richtig. Jessica, sind Sie soweit? Dann begeben Sie sich an die Steuerung. Was? Ja, heute ist Ihr Tag. Okay. Herr und Frau Panketti, es sieht groß aus, aber es tut nicht weh. Ganz im Gegenteil. Danach fühlen Sie sich wie neu geboren. Schauen Sie nach vorne, entspannen Sie sich und genießen die Reise. Jessica und Delete! Musik 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 Heute neue Insassen erhalten, Herr und Frau Pancetti. Nach Memo Delete ihre Lebenserinnerungsgegenstände abgenommen. Musik 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 Nach langer schwerer Krankheit ist nun unser Freund und Ehegatte Herr, Frau Aurora Pancretti, erlöst worden. Sie hatte immer ein offenes Ohr für jeden von uns und wir werden ihr lebendiges Wesen in guter Erinnerung behalten. Unser herzlichstes Beileid gilt Herrn Alfredo Pancretti. Ihre Zeit ist vorbei. Ja. Ja, nehmen wir nun Abschied von dir. Amm. 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 Ahn... Ahn... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020